Uiuiuiui, auf in den letzten Abschnitt, glaube ich zumindest, dass es der letzte Abschnitt ist. Ähm, weil, ich habe jetzt meine eigene Prothese, ähm, Prothese. Ich, was labe ich hier, Prothese? Nein, ähm, äh, oh, wie nennt man das? Ach, egal. Also, ich habe herausgefunden, man kann nirgendwo mal lang. Man kann hier nicht lang. Äh, das Anfangsareal ist auch jetzt mit einem Holzbrett abgesperrt. Man kann auch nicht zu Burg Dracula, da ist auch ein Holzbrett vor. Alles ist abgesperrt. Man kann also nur noch in die Windmühle. Oh yeah. Dann scheint das wirklich der Finally Part zu sein. Also, Finally Part im Game, nicht der Endpart. Okay, wo sind wir hier? Äh, öh? Na, aber, ach so, aha. Wir sind, ach so, bei diesen, diesen Scheißaufm-Ball-Bereich. Da warte diese Brücke, wo ich hier runtergeknallt bin. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Dann müsste das doch hier das Schloss sein, oder? Oder? Ist das ein Schloss? Keine Ahnung. Was machst du denn hier? Wow. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, die Stadt zu verlassen. Aber du bist immer noch hier. Egal. Wir haben einen kleinen Job für dich. Aber nicht noch einen. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen, bitte? Ich sagte, wir haben vielleicht einen kleinen Job. Nimm ihn an, oder lass es. Okay, ich nehm ihn an. Äh, was zum... Diese, diese Hosen sind so unkomfortabel. Harry? Du siehst großartig aus. Wirklich? Ich dachte, du hättest gesagt, du kennst diesen Typen nicht. Oh ja, ich kenn ihn. Er ist sowas wie mein Freund. Ja, das ist richtig. Ich bin ihr Freund. Konka gibt damit jetzt auch voll am. Wenn ihr bei Liebesvögel euer kleines Liebesgespräch fertig habt mit euren Äthepethe, dann könnten wir jetzt endlich mal mit dem Job anfangen, bitte. Okay, okay. Was sollen wir tun? Okay. Okay. Das kann ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig übersetzen. Hier haben wir es. Die Feral Reserve Bank. Das ist ne Bank? Äh, okay. Okay. Aber ich werde es tun mit einer Voraussetzung oder so ähnlich. Was? Kann ich auch so ein Outfit, das so cool ist, wie ihr es haben? Deal. Okay. Yeah, man. Sieht das krass aus. Alter. Verarschen wir jetzt auch noch Matrix oder was? Ey, also wenn das nicht Matrix ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ey, ich kann meinen Propeller schon mal einsetzen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich keinen Schwanz mehr habe. Irgendwie sieht so aus, als ob Konka den Schwanz sich abgeschnitten hat, weil der passt doch unmöglich unter den Umhang. Naja, egal, beschäftigen wir uns nicht damit. Wir können den Propellerschwanz nicht mehr einsetzen. Kein Rayman-Feeling mehr im Game. Naja, egal. Was geht denn hier ab? Okay, das erinnert mich irgendwie noch mehr an den Film Matrix. Ähm, ja. Eine sehr freundliche Begrüßung in einer Bank. Alle gleich mit ihren MGs auf dich gerichtet. Also, ich würde nicht so gerne Stammgast bei dieser Bank sein. Kein Fehler machen jetzt, Konka. Leg die Tasche in den Scanner. Ne, warte mal, was ist denn in der Tasche drin? Wenn es Matrix-ähnlich kommt, dann müsste es eigentlich irgendwas Metallisches sein, oder? Alle metallischen Objekte weglegen. Hä? Bam, Alter, Konka, seit wann kannst du das? Ja, ey. Ist ja geil. Wie er loslegt. Hoho. Ey, muss er nicht nachladen? No, Barry. Bam. Danke, Mann. Oh, Frau. Entschuldigung. Yeah. Okay, alle tot. Ey, das ist doch ein geiles Bild, wie die da so steht. Boah, es ist eine geile Melodie. Alter, es ist eine krasse Musik. Was muss ich jetzt machen? Das ist ein B-Button. Oder ja? Ist ja krass. Slow-Mo Jump und ich kann auf dich schießen, die Wachen. Alter. Alter, ist das geil. Komm her, Mann. Komm her. Was, 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 was. Oh, Headshot. Ey, das ist doch so ein Matrix-Feeling. Alter, ey. Das ist ja die beste Stelle im Game. Für mich jetzt im Moment, finde ich irgendwie, weil das gerade so Spaß macht, hier rumzuschampen und bam, bam, bam zu machen. Alter. Krass krank. Okay, jetzt mal. Wow, 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 wow. Nicht treffen lassen. Bam, 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 bam. Alter, getroffen. Bam, 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 bam. Yeah. Okay, was ist jetzt los? Eine Katze. Das macht Barry, ja. Okay. Warum okay? Was macht sie da? Ist ja geil. Wie krank. Ey, nein. Geht ja gar nicht. Und sie deaktiviert die Finger. Tü, 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 bing. Okay. Oh, weiter. Also, ein Schritt einfach nach vorne. Oh, schnell hier springt. Yeah. Bam, bam, bam. Headshot, Alter. Ins Herz geschutet. Alter, in den Fuß und er ist gestorben. Hab ich den noch getroffen? Nee, hab ich leider nicht. Ja, Alter, der war knapp, glaube ich, der hat mich. Kann er mich überhaupt im Flug treffen? Oh, voll ins Auge, so wie das aussah. Yeah. Okay. Na, irgendwelche Gegner? Möwe, was haben die gelabert? Ach, so von dahinten kommen sie. Ja, boots. Yeah. Ah, doch, sie können mich im Flug treffen. Au, au, voll in die Erde. Oh, Gott, schießt sich auf mich hier Säule. Tree crew, tree crew, tree crew, was war aber nie da? Oh, Gott. Hilfe. Hier, Alter, die können die Säulen, glaube ich, irgendwann mal zerstören. Also habe ich nicht unendlich Schutz hinter den Säulen, wie mir scheint. So stirbt. Uuuh. Okay. Ich warte mal lieber, bis die rauskommen. Ah, da kommt auch nichts mehr. Boah, was was hier denn ist? Ja, ey, komm, seit wann Katzen so'n Scheiß? Und auch noch auf einen Finger abstützen. Ich glaube gleich, schweif, äh, pfeift mein Schwein. Ja, und sie würfen Messer voll in die Kehle. Ey. Ey, jemand, sollt ihr mich schützen? Somebody protect me. Bams. Bams. Bam, bam, bam. No, hab ich nicht mehr bestudert. Ne. Hör auf, auf mich zu schießen. Wow, der war knoob. Bam. Bam. Alter, voll in den Kopf geschutet. Yeah. Ey, Musik ist geil. Let's get out, move out, yeah, bam, 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 bam. No, bam, 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 all ja, auch noch getroffen. Geile Scheiße, hier. Ah, komm, 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 her, bevor du mich triffst, ich will dich treffen, bevor du mich triffst, bam, hatch short. Okay. Wiederwarten, das was sagt, oh, das war schon. Ey, ja, voll weggekickt. Okay, schnell zunächst nichts haben. Move it out. Boah, die hat mich fast getroffen, hier. Bat, 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 bat. Yeah, bam, 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 alter, head short. Oh Gott. Ow, er hat mich erwischt. Konka, jetzt rennen los weg, bevor die dich treffen, hier. Hilfe, Hilfe, die ballern auf mich. Die ballern auf mich. Bub, der out. Bam, bam. Hey, schießt auch, schießt doch, man. Hallo, Boca. Oh Gott. Ah. Yeah, ah Gott, ich darf mich nicht treffen lassen. Eila, hab ich getroffen? Ja, ich hab getroffen. Was, dass wir nur noch ein Leben? Aber ich glaub, das war's. Ja, bekannte Matrix-Szene mit Grafikfehler. Äh, nein, bam. Alter. Krass, Mann. War's das? Ich glaub, das war's. Ich kann meine Knarre nicht wegstecken. Hm, okay. Yeah. Und wir gehen einfach so in den Fahrstuhl, ja, klar. Als ob's nichts wäre, ne? Oh, das, das ist ein krasses Abteil dieses, dieses Spiels. Ja, alles Schrott hier. Voll zerballert alles. Aber es waren ja eigentlich alles nur die Gegner, ne? Nicht wir. Ja, wir haben nur die Gegnung gebracht. Sie haben die Einrichtung zerstört. Oh. Oh, lass mich doch mal ausruhen. Was, sie macht das? Oder, hm, reg dich nicht auf, irgendwie. Was macht sie das? Was zum... Ja, voll einfach jetzt erstmal ausgelöst. Ja, gleich den Tresor noch geöffnet, ne? Erstmal voll einfach. Yeah, yeah, one and a million. Du bist einer von Millionen. Was hat er hier gesagt? Du bist einer von Millionen. Ich spreche von Hexen. Ich glaube zumindest, dass er das gesagt hat. Wenn, dann hat er irgendwie Barry als Hexe beleidigt. Oh Gott. Voll beleidigt eigentlich. Okay. Dumni, 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 dumni. Was ist hier? Was ist hier? Wow, es laggt. Warum laggt es? Warum laggt es? Doch nicht in einer Cutscene. Wartet mal, Leute, wartet. Das muss ich mal nachgucken. Äh, geht's jetzt besser? Nö. Materialist. Okay. Ich glaube, das geht nicht weg. Ach, egal, wow. Alter, wo soll ich nur anfangen? Komm her, meine kleinen Schönheiten. Aber ich glaube, das ist irgendwie weit so viele Sprites hier gerade sind, dass es so leck. Kann ich einfach... Ja, jetzt habe ich einfach meine Bratpfanne wiederkommen. Ja, ich muss sie jetzt echt alle so einsammeln. Cool. Aber auch irgendwie doof. Get me, warum hakt so? Oh, ich hoffe, das legt sich wieder. Das ist doch scheiße. Scheiße ist das. Komm her, komm her, warte. Ey. Oh, wenn es leckt, dann ist das doof. Wenn das so weiter legt, beende ich gleich den Part. Yeah. Du auch noch hier. Oh, ne, wisst ihr was, Freunde? Das nervt mich gerade so derbe. Ich glaube, ich beende den Part. Und ich glaube, ich hoffe, bis zum nächsten Part hat sich das alles wieder geregelt. Mann, ey. Warum wird meine schöne Stimmung wegen dem Matrix-Mode jetzt durch diesen Scheiß mit dem Leggen zerstört? Das ist doof. Naja, egal. Ich hoffe, bis zum nächsten Part hat sich das wieder geregelt. Also, bis dahin. Ciao und haltet die Ohren steif. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.